Hi, ich bin Glenn. Schön, dass du da bist. In diesem Video verrate ich dir meine aktuelle Düngeroutine und zeige dir, wie ich meine Zimmerpflanzen dünge. Du wirst am Ende dieses Videos also nicht nur wissen, wie ich meine Pflanzen dünge, sondern kannst auch das eine oder andere auf deine Pflanzen übertragen und somit deine ganz eigene Düngeroutine entwickeln. Ich bin gespannt, auch von dir in den Kommentaren zu erfahren, wie du dich um deine Zimmerpflanzen kümmerst, damit wir alle gemeinsam voneinander lernen können. Dieses Video ist übrigens Teil meiner Videoreihe über Düngemittel, in welcher ich dir das Thema Dünger näher bringe. Und wenn du dich jetzt ganz am Anfang fragst, müssen Pflanzen eigentlich gedüngt werden, kann ich dir diese Frage direkt am Anfang beantworten. Bei fast allen Pflanzen ist die Antwort auf diese Frage nämlich, ja, deine Pflanze muss von dir gedüngt werden. Es sei denn, du hast extrem viele fleischfressende Pflanzen, die sich ihre Nährstoffe einfach selber fangen. Gerade bei dem Thema Düngung von Zimmerpflanzen gibt es wirklich so viel zu lernen. Und auch ich lerne fast täglich hinzu. Ich lerne aus den Kommentaren von dir, lese Erfahrungsberichte, lese Studien. Aber da ich so oft nach meiner aktuellen Düngeroutine gefragt werde, zeige ich dir in diesem Video einfach mal, wie ich das aktuell mache. Es ist also der aktuelle Stand, wie ich aktuell mit so wenig Aufwand wie möglich so viele Pflanzen wie möglich mit Nährstoffen versorge. Damit dieses Video für dich ganz entspannt ist und du dich einfach zurücklehnen kannst, empfehle ich dir, dass du vor diesem Video das Video zum pH-Wert und auch zum EC-Wert gesehen hast. Beide Videos verlinke ich dir nochmal in der Beschreibung. Dieses Video baut auf beiden Videos auf. Nur weil ich übrigens bestimmte Dünger verwende oder bestimmte Sachen tue, heißt das nicht, dass das auch bei dir funktionieren muss. Ich zeige dir, was unter meinen Bedingungen besonders gut funktioniert und empfehle dir, das auch zu tun, wenn deine Bedingungen genauso werden wie bei mir. Das sind sie aber meist nicht. Sei also nicht enttäuscht, wenn deine Ergebnisse vielleicht anders sind. Aber ich nehme dich in diesem Video mit und zeige dir alles, worauf du achten musst, um auch selber Entscheidungen treffen zu können. Du weißt also am Ende dieses Videos nicht nur, wie ich meine Zimmerpflanzen dünge, sondern auch, was du tun kannst, um diese Düngeroutine von mir bei dir auszuprobieren und anzupassen, um deine ganz eigene Düngeroutine zu entwickeln. Falls du dich fragst, warum ich bestimmte Produkte verwende oder eben auch nicht. Manche Sachen, die ich vor zehn Jahren gemacht habe, würde ich so nicht mehr tun. Manche Sachen, die ich vor einem Jahr gemacht habe, würde ich so nicht mehr tun, denn ich lerne ja ständig hinzu. So wie unsere Pflanzen sich stetig weiterentwickeln, so wird sich auch diese Düngeroutine stetig weiterentwickeln und ich werde sie regelmäßig aktualisieren. In diesem Prozess probiere ich natürlich immer alles Mögliche aus und werde dir immer meine ganz ehrliche Meinung geben. Falls du dich nun fragst, warum, habe ich jetzt in diesem Video Produktplatzierungen angeklickt. In kaum einem Video wirst du so viele Produkte sehen, wie in meinen Videos zur Düngeroutine. Aber das ist halt auch meine Düngeroutine und dafür brauche ich sehr viele Dünger. Und hinter diesen Düngern stehen natürlich Marken. Die verwendeten Produkte sind alles Produkte, die ich so verwende, die ich dir ans Herz legen kann, weil sie bei meinen Pflanzen gut funktionieren. Und für meine Pflanzen will ich natürlich nur das Beste. Was erwartet dich jetzt? Ich zeige dir meine Düngeroutine für verschiedenste Pflanzen in verschiedensten Substraten. Ich starte mit organischen Substraten, wie zum Beispiel beim Westen Erdmix oder auch handelsüblicher Blumenerde. Danach zeige ich dir, wie ich mein Zphagnomoos oder auch Telansien dünge. Und darauf folgen Pflanzen in mineralischen Substraten ohne Selbstbewässerung, wie zum Beispiel beim Sukkulentenmix. Bei meinem Sukkulentenmix unterscheide ich in eine Düngung für Sukkulenten und Kakteen und einmal noch für Opuntien. Und danach zeige ich dir, wie ich Hoyers und auch Fahne dünge. Und in Teil 2 geht es weiter mit mineralischen Substraten in Selbstbewässerung oder auch Stecklingen im Wasserglas. Du merkst, da kommt schon einiges auf dich zu. Also her mit deinem Lieblingsgetränk, setz die Schutzbrille auf und los geht's. Die Schutzbrille brauche ich eigentlich noch nicht direkt, aber ich finde, damit sehe ich ziemlich cool aus. Ich setze die mal einfach ab und starte mit organischen Substraten, also Substraten, die ein Bodenleben enthalten und auch zu verrottendes Material, wie zum Beispiel beim Westen Erdmix oder auch handelsüblicher Blumenerde. Bei mir stehen viele Pflanzen aus der Familie der Aaron-Stabgewächse in organischen Substraten, wie zum Beispiel die Alokasia, die Raphidophora, Philodendron, Monstera und viele andere Pflanzen. Und zum Beispiel auch dieser Ficus Tineke, denn der steht noch in handelsüblicher Blumenerde, denn den habe ich noch gar nicht umgetopft. Der Topf dieser schönen Pflanze ist schon vollständig durch Wurzel. Die Pflanze hat sich an meine Wohnung gewöhnt und nun kann ich der Pflanze mit noch mehr Nährstoffen zu noch mehr Wachstum verhelfen. Für meine Pflanzen in organischen Substraten, die ich dünge, brauche ich einen festen organischen Dünger, Kompost, flüssige mineralische Dünger, dann nehme ich noch einen organischen Dünger, einen organisch mineralischen Dünger und ein Mittel, um den pH-Wert anzupassen. Den festen organischen Dünger füge ich direkt beim Umtopfen mit hinzu und mit dem Kompost bringe ich Bodenleben mit in den Topf. Beide Bestandteile sind also, wenn ich eine Pflanze umgetopft habe, immer schon gleich mit in der Erde. Wie ich meine Erde übrigens selber mische, das erfährst du in einem ganz eigenen Video. Angenommen, du hast noch gar keinen festen organischen Dünger in deinem Topf drin, dann kannst du das auch nachträglich mit hinzufügen. Bedenke bitte nur, dass der feste organische Dünger nicht auf der Erde liegen sollte, denn damit der zersetzt wird, braucht der ja Bodenleben und das Bodenleben ist nicht in der obersten Schicht oder auf der Erde, sondern in der Erde drin. Du musst also den Dünger ein bisschen in die Erde einarbeiten. Ich zeige dir das mal in einem Beispiel. In meiner Hand habe ich jetzt ein bisschen festen organischen Dünger. Wenn ich den jetzt einfach so auf die Erde mache, dann bringt das gar nichts. Das Bodenleben ist ja nicht auf der Erde. Und daher arbeitest du den festen organischen Dünger immer in die obere Erdschicht ein. Wenn der Topf schon sehr gut durchwurzelt ist, achte einfach darauf, dass der feste organische Dünger von Erde bedeckt ist, denn da ist dann auch Bodenleben. Im Idealfall gießt du im Anschluss, damit die Erde schön gewässert ist. Ich mache das immer mit einer Gabel, so wurde es mir gezeigt und ich habe nie damit aufgehört. Du kannst das auch mit einem Löffel machen, einem Messer oder einer kleinen Minischippe. Ist egal, wie du es machst. Hauptsache, der organische feste Dünger ist von Erde bedeckt. Gleiches gilt übrigens auch für den Kompost. Lagere ihn bitte immer feucht, denn du möchtest ja den Kompost verwenden, um Bodenleben in deinen Topf zu bringen. Und wenn dein Kompost schon ausgetrocknet war, dann ist dir ja gar kein Bodenleben mehr drin. Wenn dir jetzt zum Beispiel aber auch mal der Topf austrocknet, wo schon Kompost drin war, kannst du eine ganz kleine Menge Kompost mit in den Topf einarbeiten, denn das Bodenleben verdoppelt sich circa alle 20 Minuten und schon ist der ganze Topf in wenigen Stunden vollständig besiedelt. Und ich zeige dir mal, wie ich das mache, denn diese Pflanze hat noch keinen Kompost bekommen, da sie ja ganz neu bei mir ankam und ich habe sie noch gar nicht umgetopft. Dafür brauche ich meine kleine Babyschaufel, die ist unendlich niedlich und total praktisch. Und jetzt mache ich einfach in diesem Topf hier ein kleines Loch, denn der Kompost soll ja Bodenkontakt haben. Oh, der ist sehr gut bewurzelt. Ich kann wirklich nur ein winziges Loch machen. Diese Pflanze müsste ich wahrscheinlich einfach umtopfen, um noch mehr Kompost hinzuzufügen. Aber ich versuche, ein ganz, ganz kleines Loch hier gerade zu machen. So viel Kompost reicht schon aus. Also hier ist wirklich fast gar nichts drauf. Und das Ganze fügst du jetzt in ein kleines Loch mit hinzu und bedeckst das Ganze dann mit Erde. Und schon kann sich das Bodenleben ausbreiten. Die Erde ist jetzt ziemlich trocken und wenn ich die Nährlösung mit dir angemischt habe, gieße ich im Anschluss zusammen mit dir diese Pflanze. Und schon kann ich davon ausgehen, dass sich in diesem Topf Bodenleben befindet, also organische Dünger verwertet werden können. Bei dieser Pflanze füge ich übrigens den festen organischen Dünger erst hinzu, wenn ich die Pflanze umtopfe, da die Pflanze ja wirklich fast vollständig bewurzelt ist und ich das Wurzelwerk nicht beschädigen möchte. Aber ich topfe die eh in den nächsten Wochen um. Und dann kommt der feste organische Dünger gleich mit hinzu. Und jetzt zur eigentlichen Düngung, den Kompost und den festen organischen Dünger brauche ich dafür jetzt nicht. Meine aktuelle Düngeroutine notiere ich mir übrigens immer auf so wunderschönen weißen Zetteln. Die liegen bei mir in meinem Zimmer rum. Und so kann ich, wenn ich den Dünger anmische, mir einfach immer die Karte vor mich legen. Ich habe das vorab immer alles ausprobiert und dann anmischen und nur nochmal nachkontrollieren. Ich muss nicht jedes Mal überlegen, wie viel Dünger von dem, wie viel Dünger von dem stimmen die Werte, sondern habe hiermit immer schon einen Richtwert. Obwohl es natürlich mal sein kann, dass ich statt 5 Liter Leitungswasser 5,2 Liter Leitungswasser nehme und auch dann weichen die Werte schon ab. Aber das hilft mir immer sehr. Und ich kann auch entscheiden, habe ich irgendwann mal vielleicht was besser gemacht? Geht es den Pflanzen vielleicht schlechter oder auch besser? Wenn es den Pflanzen also besser geht, kann ich herausfinden, was ich verändert habe und lerne einfach stetig so viel mehr hinzu. Inzwischen brauche ich diese Karten eigentlich fast gar nicht mehr, denn ich kenne sie ja auswendig. Und dieses Video drehe ich übrigens schon zum zweiten Mal, denn das erste Video, was ich gedreht habe, habe ich aus Versehen gelöscht. Nun ja, alle guten Dinge sind ja bekanntlich zwei. Für die Düngung meiner Pflanzen in organischen Substraten verwende ich zwei mineralische Dünger. Das sind die beiden hier. Dann noch einen mineralisch-organischen und auch diesen organischen Dünger hier. Die sind alle flüssig. Das vielfältigste Bodenleben erhalte ich mit einer Vielzahl an Düngern. Ich verwende also mineralische und organische Dünger kombiniert. Bei organischen Substraten würde ich dir davon abraten, ausschließlich mineralisch zu düngen. Das baut keinen gesunden Boden auf und unterstützt auch kein vielfältiges Bodenleben. Angenommen, ich müsste mich entscheiden, würde ich zum Beispiel nur organisch düngen, muss mich aber nicht entscheiden. Also nehme ich beides. Du fragst dich jetzt vielleicht, warum verwende ich vier Dünger? Die Basis meiner Düngung bilden zwei Dünger. Und zwar einmal dieser Dünger hier und dann auch dieser Dünger hier. Das würde theoretisch schon reichen. Das ist ein guter Mix aus einem mineralischen Dünger und einem organischen Dünger. Und beide Dünger decken das Nährstoffangebot, welches du deiner Pflanze zur Verfügung stellen solltest, komplett ab. Dann ist in diesem Dünger hier noch Seevogelkot enthalten. Der schöne Begriff dafür ist Seevogelguano. Das haben diese beiden Dünger hier nicht. Und dann gibt es hier noch einen mineralischen Dünger. Den tausche ich immer aus. Der ist jetzt hier zum Beispiel leer. Da kommt dann ein anderer mineralischer Dünger hinzu. Ich habe also mit diesen beiden Düngern das gesamte Nährstoffangebot abgedeckt. Hier kommt dann noch Seevogelguano mit dazu und noch ein mineralischer Dünger für ein größtmögliches Nährstoffangebot. Vier Dünger sind dabei das Maximum, was ich in meiner Zeit schaffe anzumischen. Angenommen, du hast noch mehr Zeit, könntest du auch zum Beispiel fünf Dünger nehmen. Oder wenn du nicht so viel Zeit hast oder auch nicht so viele Pflanzen hast, würden auch schon diese beiden Dünger hier in der Mitte reichen. Also diese zwei. Ich würde dir bei organischen Substraten immer raten, organisch und mineralisch zu mischen. Also einen mineralischen mit einem organischen. Und dann, wenn du möchtest, auch noch weitere organische oder auch mineralische Dünger mit hinzuzufügen. Oder, wenn du möchtest, kannst du auch ausschließlich organisch düngen. Das liegt ganz bei dir. Achte dabei immer darauf, dass dir deine Pflanze auch schon zeigen wird, ob ihr das gefällt oder nicht. Das kann allerdings manchmal ein bisschen dauern. Richte dich aber trotzdem noch deiner Pflanze. Wenn sie dir zeigt, dass sie das nicht mag, dann ändere das. Für meine starke Düngung brauche ich fünf Liter Leitungswasser. Dann zehn Milliliter von dem Guano-Dünger. Ich sortiere mir die mal direkt hier richtig. Dann fünf Milliliter von dem mineralischen Palmen- und Grünpflanzendünger. Fünf Milliliter von dem Compo-Complete-Dünger. Und dann noch drei Milliliter von dem organischen Dünger. Die Mengen, die ich verwende, richten sich dabei nach den Herstellerangaben. Ich verwende aber immer die Hälfte der empfohlenen Düngermenge. Und da ich vier Dünger verwende, habe ich das dann nochmal durch vier geteilt. So, ich fülle mir jetzt mal ein bisschen Dünger in die Kappen. Denn ich mache ja zwei Nährlösungen. Also brauche ich ein bisschen mehr Dünger in den Kappen drin. Theoretisch sind hier zehn Milliliter total einfach. Denn da gibt es eine Eins in dem Deckel drin. Die Eins sind zehn Milliliter. Hiervon brauche ich weniger als zehn Milliliter. Immer vorher schön schütteln. Den mit Guano habe ich schon geschüttelt. Der riecht auch richtig lecker. Riechst du eigentlich auch immer an dem Dünger. Ich weiß auch nicht, warum ich das mache. Aber ich rieche immer gerne an Düngern. Der riecht ähnlich, aber auch gut. Hiervon brauche ich weniger als zehn Milliliter. Aber ich kann es ja wieder zurückgeben. Und von dem brauche ich nicht so viel. Der ist sehr ergiebig. Aber auch immer bitte schütteln, damit sich schwerere Stoffe nicht absetzen. Und jetzt kommt noch ein bisschen was in den Deckel. Organische Dünger, finde ich, riechen immer besonders lecker. So ein bisschen nach Maggi. Obwohl ich den Dünger noch nie probiert habe und auch nicht weiß, ob er danach schmeckt. Von dem Guano-Dünger verwende ich ja zehn Milliliter. Das ist ein organisch-mineralischer Dünger. Und ich habe eine organisch-mineralische Pipette. Die ist immer ein bisschen dreckiger als die von den mineralischen Düngern. So, und davon jetzt zehn Milliliter. Das hier sind genau zehn. Die kommen jetzt hier rein. Dann kommen jetzt fünf Milliliter von dem Combo-Complete und dem Grün- und Palmen-Dünger. So, fünf Milliliter von dem. Und rein. Und noch fünf Milliliter von dem hier. Jetzt habe ich doch die gleiche Pipette genutzt. Aber nicht so schlimm. Jetzt wird sie erst dreckig. Und zwar, wenn ich drei Milliliter von dem organischen Dünger hier nehme. So. Jetzt die Pipette noch ein bisschen reinigen. Sieht wieder fast aus wie neu. Und kann jetzt wieder hier daneben. Damit ich immer weiß, das ist die für organischen Dünger. Und jetzt kommt noch ein Mittel rein, um den pH-Wert zu senken. Das ist das hier. Denn ich möchte einen pH-Wert von circa 5,8 erreichen. Das ist ideal für die Pflanzen, die ich damit düngen möchte. Dafür brauche ich einmal Handschuhe und auch meine wunderschöne Brille. Ich würde dir immer empfehlen, ebenfalls Handschuhe zu tragen, um deine Haut vor dem pH-senkenden Mittel zu schützen. Denn das ist eine sehr starke Säure, die auf gar keinen Fall in deine Augen oder auch auf deine Haut kommen sollte. Und jetzt noch meine coole Brille. Und schon kann ich den Sicherheitsverschluss öffnen. Und von dieser Säure benötige ich 1,9 Milliliter auf 5 Liter meiner Nährlösung. Hierfür habe ich unterschiedliche Pipetten, die alle unterschiedlich gut abmessen können. 1,9 kann ich am besten mit der hier machen. Jetzt bin ich bei 1,9 Millilitern. Und schon kann das Ganze hier rein. Perfekt. Jetzt die Säure schließen. Und dann kann ich den Dünger schütteln und nachmessen, ob alles funktioniert hat. Und schon ist das Ganze gut durchgeschüttelt. Und ich kann den pH-Wert kontrollieren. Ich würde mich riesig über einen pH-Wert von 5,8 freuen. 5,7, 5,9. Auch völlig okay. Wenn ich nicht bei 5,7, 5,8 oder auch 5,9 liege, dann würde ich jetzt nochmal nachkorrigieren. Das hier ist mein pH-Wert-Messgerät. Und ich kontrolliere jetzt einmal, wie der pH-Wert ist. Das Wasser ist auf jeden Fall schon mal 18 Grad Celsius warm. Und der pH-Wert hat sich bei 5,9 eingepegelt. Ich zeigte das einmal kurz. Angekommen bin ich bei 5,9. Auch gar kein Problem. Hier sind ein bisschen mehr als 5 Liter drin. Und deswegen ist der pH-Wert leicht höher. Das ist alles super. Aber und jetzt das ganze Gerät noch einmal kurz reinigen. Und zwar bitte immer mit Leitungswasser. Ich habe aus irgendwelchen Gründen in dem Video zum pH-Wert immer destilliertes Wasser gesagt. Aber weil so viel Wasser kann auch ich mal durcheinander kommen. Destilliertes Wasser würde dein Messgerät sogar schaden. Bitte immer Leitungswasser nehmen. Und dann die Kappe schließen nach der Messung. Und das Gerät aufrecht lagern. Also, hier bin ich bei einer hohen Düngung. Ein pH-Wert von 5,9. Und damit kann ich jetzt Pflanzen gießen. Ich brauche aber noch eine zweite Nährlösung. Und dafür brauche ich nochmal 5 Liter Leitungswasser. Übrigens schreibe ich mir immer auf den Deckel rauf, was in der Flasche drin ist. Denn hier mache ich ziemlich viele Nährlösungen. Und da kann ich mal durcheinander kommen und weiß nicht mehr ganz genau, welche Nährlösung war die starke, welche war die schwache, welche war für Hoyas, welche war für meine Opuntien. Wenn es auf dem Deckel steht, dann weiß ich immer ganz genau, für welche Pflanzen es auch geeignet ist. Auf den Deckel schreibe ich mir LW für Leitungswasser, damit ich weiß, dass hier Leitungswasser drin ist. Dann Organisch, damit ich weiß, da ist ein organischer Dünger drin. Also auf keinen Fall auf mineralische Substrate gießen. Und dann auch noch hoch, da das die stärkere Nährlösung ist. Jetzt mache ich mit dir die zweite. Ah super, hier steht noch auf dem Deckel drauf Organisch Medium Leitungswasser, also LW Org Met. Den Deckel brauche ich also nicht nochmal neu beschreiben. Und jetzt kann ich das Ganze nochmal machen. Für meine Nährlösung mit ein bisschen weniger Dünger brauche ich einfach nur 3 Milliliter von jedem Dünger. Deswegen habe ich mir auch die Kappen hier noch stehen gelassen und starte mit dem Dünger, der Fogel Guano enthält. Brauche hier 3 Milliliter. Und rein damit. Dann 3 Milliliter von dem Grünpflanzen- und Palmendünger. 3 Milliliter von dem Compo Complete. Und dann jetzt noch 3 Milliliter von dem organischen Dünger. Und die Pipette reinige ich dann im Anschluss nochmal. Und stelle sie neben das Glas, damit ich weiß, dass hier organische Düngereste drin sind. Denn ich habe ja auch verschiedene andere Pipetten, die ich zum Beispiel auch für Semihydrokultur verwende. Und da möchte ich auf gar keinen Fall organische Bestandteile in meinen Nährlösungen drin haben. So, jetzt kippe ich die Dünger wieder zurück in ihre Düngerflaschen. Den organischen Dünger brauche ich jetzt nicht mehr. Deswegen stelle ich mir den mal hier hin. Den Compo Complete brauche ich später noch. Und die anderen kommen auch wieder in die Kiste. Ich habe ja jetzt weniger Dünger verwendet. Deswegen brauche ich auch weniger von dem pH-Wert senkenden Mittel. Vorher habe ich ja mehr Dünger verwendet. Das heißt, ich brauche auch mehr pH-. Jetzt habe ich weniger Dünger verwendet und brauche daher auch weniger pH- und zwar ca. 1,5 Milliliter. Hopp. Hier der Deckel. Hier zum Reinigen. Leitungswasser von meinem pH-Wert Messgerät. Und hier die Säurekinderverschlüsse sind echt nicht für mich geeignet. Bitte bedenke auch immer die Reihenfolge deiner ganzen Zutaten. Erst das Leitungswasser, dann der Dünger und dann die Mittel, um den pH-Wert anzupassen. Und ich brauche 1,5 Milliliter. Die lassen sich hier sehr gut mit dieser Pipette ablesen. So, perfekt. Und die Pipette kann wieder zurück. Und die Säure wird direkt von mir geschlossen, damit die nicht umkippt. Ist mir noch nie passiert und ich möchte auch nie, dass es mir passiert. Jetzt kann der Deckel zu. Und ich schüssel das Ganze einmal durch und schaue mit dir zusammen, wo ich ankomme. Und schon bin ich fertig. Und ich kontrolliere mal direkt, wo der pH-Wert liegt. Das Wasser ist sogar ein bisschen kälter, liegt bei 17 Grad Celsius. Und auch hier habe ich wieder ein pH-Wert von 5,9 erreicht. Das ist super. Ich wollte ja bei 5,8 ankommen. Jetzt wieder mit Leitungswasser reinigen. Und die Kappe wieder zu. Aufrecht lagern. Und hiermit kann ich jetzt endlich den Ficus, der neben mir steht, gießen. Und dafür habe ich eine kleine, süße Gießkanne. Komm mal her, du wunderschöne Pflanze. Schon wirst du gedüngt. Und wenn du ja mein Video zu meinen Pflegefehlern schon gesehen hast, dann weißt du ja, schön kreisförmig gießen, sodass die ganze Erde sich auch gut vollsaugen kann. Und weil die Erde ziemlich trocken war, lasse ich auch für die nächsten 10 Minuten ein bisschen Wasser im Untersetzer stehen, beziehungsweise im Außentopf, sodass ich die Erde richtig schön vollsaugen kann. Gleichzeitig habe ich jetzt auch dafür gesorgt, dass die ganze Erde nass ist und der Kompost dafür sorgt, dass im ganzen Topf jetzt das ganze Bodenleben sich ansiedeln wird. Total schön. Und jetzt gehe ich erst mal kurz noch Pflanzen gießen. Weiter geht es mit meinem Spagnummoos und zwar in diesem wunderschönen Gurkenglas hier. Wenn du mir schon auf Instagram folgst, dann weißt du ja, dass ich mir mein eigenes Spagnummoos züchte und da das Moos wächst, brauche es auch Nährstoffe. Ich verwende keinen organischen Dünger, da sich ja hier kein Bodenleben befindet, also muss ich mineralisch düngen und ich verwende den Kompokomplit, da das Nährstoffangebot abgedeckt wird und mein Moos wirklich großartig damit wächst. Als Wasser verwende ich zwei Liter destilliertes Leitungswasser, daher habe ich mir auch ein D auf den Deckel geschrieben, wie destilliertes Leitungswasser. Es ist destilliertes Wasser, kein destilliertes Leitungswasser. Und dazu kommt ein Milliliter des Kompokomplit-Düngers und ich müsste dann bei um 100 Mikrosiemens ankommen. Das ist der Dünger, den ich verwende und hier brauche ich einen Milliliter. Das ist die Pipette für mineralischen Dünger und davon brauche ich wirklich super wenig und das Spagnummoos wächst wirklich großartig bei einer so schwachen Düngung. Das ist echt super fantastisch. Das ist jetzt wirklich nicht viel, ein Milliliter und trotzdem wächst das, total fantastisch einfach. So, jetzt das Ganze einmal kurz schütteln und dann kontrolliere ich noch mit dir den Mikrosiemenswert, der müsste um 100 liegen. So, fertig gemischt und schon kann ich mal mit dir nachmessen. Großartig, das Wasser ist ein bisschen wärmer, hat 23 Grad Celsius und ein Mikrosiemenswert von 100. Das Ganze jetzt noch reinigen und kurz abtrocknen und schon kann ich damit mein lebendes Vagnummoos düngen, denn diese Düngerlösung ist nur für lebendes Vagnummoos. Es bringt nichts, wenn du vertrocknetes Moos damit düngst. Dazu zählt übrigens auch das Moos in deinen Rangstäben, denn das ist natürlich schon vertrocknet und lebt nicht mehr. Auch wenn du es wässerst, es ist vertrocknet und damit nicht mehr am Leben. Es könnten allerdings noch Sporen drin enthalten sein und genau so habe ich mir zum Beispiel mein lebendes Vagnummoos gezüchtet. Wenn du es also in einer sehr feuchten Umgebung haltst, dann kann es sein, dass dein Moos wieder zum Leben erwacht mit der Zeit. Es dauert allerdings sehr, sehr lange und stell deine Geduld vielleicht auf die Probe. Wenn ich das Moos lüfte, dann gebe ich immer mal wieder 20 Milliliter hinzu und träufle das einfach so rauf. Es bringt übrigens erst was, dein Moos zu düngen, wenn es wieder am Leben ist und es kann wirklich sehr lange dauern. Vorher reicht Wasser vollkommen aus, um dein Moos feucht zu halten. So, schon ist mein Vagnummoos gegossen. Jetzt schreibe ich mir noch auf den Deckel hier rauf, dass das für mein Vagnummoos ist. Und dieses Behältnis verwende ich so lange, bis es leer ist. Damit gieße ich alle meine Kisten, in denen sich Vagnummoos befindet. Weiter geht's mit meinen wunderschönen Tillansien. Das sind meine zwei Tillansien. Das hier ist ein Steckling von dieser Tillansie hier. Die kennst du vielleicht noch aus einem Unboxing. Kann ich auch richtig schön sehen, dass hier grüne, gesunde Triebe sind. Und einmal die Woche bade ich das. Mein Ziel ist immer, dass ich das für zwei Stunden bade. Meistens vergesse ich das. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, dass ich das jetzt hier einfach, während ich dieses Video drehe, mal so richtig schön, wirklich nur für zwei Stunden mit Timer bade. Und dann ist es auch schon ausreichend mit Wasser und Nährstoffen versorgt. Das hängt genauso an diesen Schnüren in meinem Zelt und wird dann wirklich nur einmal die Woche von mir gewässert. Und das reicht schon vollkommen aus für die Pflanze. Tillansien hängt in der freien Natur an Bäumen, an Felsen. Es gibt auch Fotos, wie sie zum Beispiel an Stromkabeln hängen und haben einen sehr geringen Nährstoffbedarf. Allerdings ist der Nährstoffbedarf ein bisschen höher als Vagnormoos. Ich verwende also auch wieder destilliertes Wasser und dann auch den Compo Complete. Deswegen habe ich es mir hier auch direkt noch im Deckel drin gelassen. Das hier sind zwei Liter destilliertes Wasser. Und da ich ein bisschen mehr Dünger brauche als beim Moos, verwende ich zwei Milliliter statt des einen Milliliters beim Vagnormoos. Jetzt also zwei Milliliter und dann gucke ich gleich mal mit dir nach, bei welchem EC-Wert ich hier bin. Den pH-Wert habe ich übrigens weder bei den Tillansien noch beim Moos jemals gemessen. Es geht den Pflanzen aber super. Sie wachsen hervorragend, also scheint da alles richtig zu sein. Ich habe daher noch nie kontrolliert, wie der pH-Wert ist. Jetzt einmal noch schütteln und schon ist das Ganze fertig. Und ich liege bei einem Micro-Siemens-Wert von 0,3. Ich zeige dir das mal noch. So, und das Ganze wird jetzt einmal kurz gespült und noch abgetrocknet. Und schon kann die Tillansia auf Tauchstation gehen. Dafür den Dünger einmal kurz zur Seite. Und dieses Mal stelle ich mir auch einen Timer, denn meist bade ich sie über Nacht. Und ich glaube, sie würde sich richtig doll freuen, wenn sie wirklich nur zwei Stunden lang badet. Das gieße ich jetzt hier einfach rein. Den Rest kann ich noch weiter verwenden, wenn ich die Pflanze auch in einer Woche wieder dünge. Mineralische Dünger, wenn du sie fertig gemischt hast, halten sich ein bis zwei Wochen meist. Das heißt, ich würde immer von maximal einer Woche ausgehen. Danach kann es sein, dass die Dünger miteinander reagieren. Hier sich unten im Topf, in einer Flasche ablagern. Dann weißt du nicht genau, welche das sind. Du kannst also nicht mehr genau einschätzen, ob deine Pflanze auch die Nährstoffe bekommt, die sie bekommen soll. Organische Dünger würde ich maximal einen Tag lagern und dann auch direkt verwenden. So, jetzt drücke ich die Pflanze hier noch ein kleines bisschen rein, damit sie auch gut bedeckt ist. Und dann stelle ich mir jetzt meinen Timer auf genau zwei Stunden. Und schon sind auch die Telansien mit Nährstoffen versorgt. Weiter geht's mit beiden Sukkulenten und Kakteen, wie zum Beispiel dieser Schönheit hier. Das ist ein Steckling, den ich selber mal geschnitten habe und der inzwischen schon richtig schön im Sommer gewachsen ist. Der gerade überwintert und jetzt von mir gegossen wird. Sukkulenten und Kakteen erhalten bei mir das gleiche Wasser. Und die Gießhäufigkeit bestimmt dann, wie viele Nährstoffe sie eigentlich von mir bekommen. Ich weiß zum Beispiel, diese Pflanze braucht nicht so viel Wasser. Eine andere Sukkulente braucht vielleicht ein bisschen mehr Wasser. Und somit erhält auch die eine Sukkulente, die mehr gegossen wird, mehr Nährstoffe von mir. Meine Routine für Sukkulenten und Kakteen hat sich eigentlich durch einen Zufall herausgebildet. Denn ich habe einen Raumentfeuchter, wo gerade im Winter sehr, sehr viel Wasser anfällt. Und ich wusste nicht immer ganz so genau, was mache ich jetzt eigentlich mit dem ganzen Wasser. Denn schon nach wenigen Tagen sieht das Wasser nicht mehr ganz so appetitlich aus. Es ist so leicht milchig und wird mit der Zeit immer dunkler. Und ich habe dann immer wirklich sehr, sehr viel Wasser gehabt, was wirklich unappetitlich aussah. Und ich wusste nicht, welcher Pflanze kann ich das jetzt geben. Und genau da kommen meine Sukkulenten und Kakteen ins Spiel. Meine Sukkulenten und Kakteen haben in meiner Wohnung auch im Winter die sonnigsten Standorte. Und im Vergleich zu anderen Pflanzen müssen sie fast am meisten gegossen werden. Die anderen Pflanzen brauchen im Winter von mir nicht so viel Wasser. Und so war für mich die logische Konsequenz, dass dieses Wasser zu den Sukkulenten und Kakteen kommt. Denn davon habe ich viele und die brauchen auch Wasser. Spannend ist übrigens, dass ich inzwischen eine Lösung gefunden habe, damit das Wasser aus dem Raum entfeuchter, wenn ich es länger lagere, auch weiterhin gut aussieht und natürlich nicht so trüb hier wird. Mir hat einfach die Idee gefehlt, da ein bisschen Wasserstoffperoxid mit hinzuzufügen. Denn im gleichen Zeitraum, ich habe mal in einem Tag zwei Behältnisse befüllt, sieht das so aus. Hier einmal mit Wasserstoffperoxid und einmal ohne Wasserstoffperoxid. Das Wasserstoffperoxid sorgt dafür, dass ich das Wasser wirklich sehr lange lagern kann, was genial ist. Ich füge einfach in Abständen von allen zwei Wochen hier noch ein bisschen mehr Wasserstoffperoxid hinzu. Pro Flasche circa 20 Milliliter einer dreiprozentigen Lösung. Und schon kann ich das Wasser über mehrere Monate lagern und kann das Wasser aus meinem Raumentfeuchter auch in guter Qualität an alle meine Pflanzen verfüttern. Allerdings hatte ich ja schon die Idee, mit dem Raumentfeuchter Wasser Sukkulenten und Kakteen zu gießen. Also hat sich das beibehalten, obwohl ich inzwischen auch das Wasser benutze, welches Wasserstoffperoxid enthält. Ich zeige dir mal, wie ich es ursprünglich gemacht habe. Also mit diesem Wasser hier inzwischen würde ich dieses Wasser verwenden, aber auch das möchte ich jetzt verwenden. Und hier mische ich das Wasser aus dem Raumentfeuchter mit Leitungswasser. Ein Liter Leitungswasser habe ich jetzt schon in dieser kleinen Flasche drin. Und jetzt brauche ich noch ein Liter von dem Raumentfeuchter Wasser. Riecht nicht so schlecht. Das ist genau ein Liter, das kommt jetzt noch mit hinzu. Und dazu kommen jetzt noch drei Milliliter eines Sukkulenten- und Kakteen-Düngers. Der versteckt sich hier. Den verwende ich wirklich schon echt lange. Seitdem ich mich eigentlich erinnern kann, dass ich dünge, verwende ich diesen Dünger. Und weil meine Pflanzen den mögen, verwende ich den auch weiterhin. Drei Milliliter kommen auf zwei Liter. So. Den brauche ich gleich nochmal, deswegen lasse ich ihn gleich hier schon stehen. Das Ganze jetzt nochmal gut geschüttelt. Und der EC-Wert müsste bei um 0,8 liegen. Oder auch 0,7. Ist auch super. Alles zwischen 0,7 und 0,9 ist perfekt. Hier kannst du es einmal sehen. Und nochmal kurz abwaschen und abtrocknen. Und dann messe ich nochmal den pH-Wert mit dir. Der pH-Wert liegt bei 6,7. Bei diesem Wasser, was aus dem Raumentfeuchter kommt, ist der pH-Wert leicht erhöht. Und wenn ich jetzt das Wasser nehme, welches mit Wasserstoffperoxid versehen wurde, liegt der pH-Wert immer so um 6,4. Und beides ist ideal für Sukkulenten und Kakteen. Wir zeigen mir also, dass sie gut wachsen. Und auch deswegen habe ich jetzt hier noch keine weiteren Änderungen vorgenommen. Und schon kann ich diese wunderschöne Pflanze hier neben mir gießen. Dafür einmal ein bisschen Wasser in die Gießkanne. Das mache ich gleich noch mit meinen anderen Sukkulenten und auch Kakteen. Aber Kakteen sind ja auch Sukkulenten. Ich gieße sie jetzt schön in Kreisen. Der Mix ist ja sehr durchlässig. Eigentlich gieße ich gerade viel zu schnell. Ich müsste viel langsamer gießen. So wäre es tatsächlich besser. Ganz wenig Wasser. Ganz langsam. Damit das Substrat auch gleichmäßig feucht wird. Auch wenn das Substrat sehr durchlässig ist, speichert es wirklich viel mehr Wasser, als ich es mir je hätte vorstellen können. So. Und im Winter gieße ich zum Beispiel diese Pflanze alle zwei Wochen und die meisten Sukkulenten einmal die Woche. So. Ist aber auch ein bisschen abhängig davon, wo sie überwintern. Da manche meiner Pflanzen zum Beispiel am Fenster überwintern und andere Pflanzen unter Growlights. Das Wasser lasse ich jetzt noch rauslaufen und dann gebe ich das Wasser auf den Balkon. Ich recherchiere natürlich immer vorab, welche Bedürfnisse eine Pflanze hat. Und dann schaue ich, habe ich zum Beispiel auch andere Pflanzen, die ähnliche Bedürfnisse haben. Und wenn ich jetzt zum Beispiel nur eine Pflanze habe innerhalb einer Gattung oder auch Familie, gucke ich erst mal, welche andere Routine passt mit dazu. Dann fällt erst mal die Pflanze in eine andere Routine rein und dann schaue ich, wie es der Pflanze geht. Wenn es der Pflanze damit gut geht, verändere ich erst mal noch nichts, weil ich meist für eine einzige Pflanze jetzt keine ganze Routine entwickle. Sollte ich allerdings eine ganze Gruppe von Pflanzen aufnehmen, dann fange ich manchmal an, eine ganze Routine auch für eine Gruppe von Pflanzen zu entwickeln. Und ich sage jetzt hier auch ganz bewusst Gruppe, denn meine Gruppen sind meistens Gattungs- oder auch sogar familienübergreifend. Ich schaue also, wie muss der EC-Wert sein, wie muss der pH-Wert sein, wo sind Schnittmengen und wie kann ich dann die Pflanze damit versorgen. Wenn es der Pflanze gut geht, ändere ich nichts. Wenn die Pflanze mir zeigt, dass sie etwas anderes haben möchte, dann finde ich Lösungen und sorge dafür, dass es der Pflanze dann langfristig bei mir gut geht. So konnte ich für mich sicherstellen, dass sich die Pflege meiner Zimmerpflanzen nicht überwältigend anfühlt. Bei Opuntien habe ich zum Beispiel eine Ausnahme gemacht. Diese pflege ich anders als andere Sukkulenten und Kakteen. Der Dünger bleibt der gleiche, auch die Düngermenge bleibt gleich. Allerdings verwende ich zwei Liter Leitungswasser und ziele auf einen pH-Wert von 7 ab. Das ist mein Leitungswasser und hier gebe ich jetzt drei Milliliter von diesem Düngermitten zu. Der EC-Wert wird dadurch höher sein als der EC-Wert bei meinen Sukkulenten und Kakteen, denn Leitungswasser hat einen höheren EC-Wert als das Wasser aus meinem Raumentfeuchter mit Leitungswasser gestreckt. Hier muss, glaube ich, noch ein bisschen Leitungswasser rein. Das sind noch nicht ganze zwei Liter. Das mache ich gleich. Hier ist zum Beispiel so eine wunderschöne Opuntia. Das ist eine Opuntia Zibrina, die wirklich traumhaft aussieht. Und die wird jetzt mit dir zusammengegossen. Also rühre ich mal alles an. Drei Milliliter von dem Dünger sind ja schon drin. Denn jetzt bin ich bei einem pH-Wert unter 7. Das weiß ich schon. Und mein Ziel ist ein pH-Wert von um 7. Dafür brauche ich ein Mittel, welches den pH-Wert erhöht. Ich habe auch noch eine viel größere Opuntia. Die ist in etwa so groß. Die steht sonst immer auf dem Balkon und überwintert bei mir im Zimmer. Aber die steht so, dass ich mich nicht die ganze Zeit an ihren Dornen steche. Meine Brille brauche ich jetzt wieder, da ich ja mit einer sehr starken Base arbeiten werde. Das ist das Mittel, um den pH-Wert zu erhöhen. So, stelle ich mal schön nah dran. Und hiervon benötige ich 0,9 Milliliter. Das sind genau 0,9 Milliliter. Und der pH-Wert sollte dann um 7 sein. Kann 6,9 oder auch 6,8 sein. Aber er sollte um 7 sein, damit sich die Opuntia besonders wohlfühlt. Und ich habe wirklich festgestellt, als ich angefangen habe, auf den pH-Wert meiner Opuntien zu achten, ging es denen wirklich richtig gut. Sie sind viel besser gewachsen. Und das ist ja im Endeffekt das, was ich möchte. Eine Pflanze, die sich wohlfühlt und mir durch gutes Wachstum zeigt. Dass sie sich auch wohlfühlt halt eben. Jetzt nochmal schön schütteln. Fertig geschüttelt. Der EC-Wert sollte bei 1,1 liegen. Das kontrolliere ich nochmal kurz mit dir. Der EC-Wert liegt bei 1,2. Hätte ich wahrscheinlich ein bisschen mehr Leitungswasser hinzugefügt, wäre er ein wenig niedriger. Und jetzt kontrolliere ich nochmal mit dir den pH-Wert. Uh, sehr gut. Richtig cool. Punktlandung bei genau 7,0. Das ist wirklich traumhaft. 7,0. Wunderschön. Jetzt das Ganze nochmal kurz reinigen. Und den Deckel wieder rauf. So, aufrecht lagern. Schließen. Hier steht gerade noch Sukkulenten drauf. Das ist aber für Opuntien. Und schon kann ich die Opuntie mit dir gießen. Und für meine Opuntien brauche ich auch genau nur 2 Liter. Das ist immer super praktisch. Weiß ich also auch genau, dass ich gar nicht mehr Wasser anrühren muss. Hier auch wieder schön langsam, damit sich das Substrat gut befeuchten kann. Das Wasser, was jetzt hier rausläuft, kriegen nicht meine Balkonpflanzen, sondern das bekommt meine große Opuntie. Und die kriegt auch noch den Rest von dem Wasser, der hier jetzt drin ist. Die gieße ich also mal direkt. Ach, dieser Fahne sieht aber neben mir auch wirklich wunderschön aus. Das ist eine so schöne Pflanze. Wusstest du eigentlich, dass ich die nämlich bei mir, also die Hoyers und auch die Fahne, gleich dünge? Beide haben ähnliche Ansprüche. Und diesen Fahnen hätte ich zum Beispiel auch organisch düngen können. Aber, da ich zunächst meine Heuerroutine hatte, habe ich dann festgestellt, okay, sie trifft auch auf die Fahne zu. Und die Hoyers sind bei mir in mineralischen Substraten ohne Bodenleben. Hier brauche ich einen mineralischen Dünger. Also verwende ich auch für die Fahne einen mineralischen Dünger. Und habe jetzt nicht 2 Routinen, die auf den gleichen pH-Wert und auf den gleichen EC-Wert hinauslaufen. Angenommen, du hast jetzt Fahne, die nur in organischen Substraten sind, dann könntest du zum Beispiel auch überlegen, diese Routine mit einem Mix aus mineralischen und organischen Düngern zu machen oder nur mit organischen Düngern. Und angenommen, du hast nur Hoyers, dann kannst du zum Beispiel meine Routine in abgewandelter Form auch für dich verwenden. Angenommen, du hast zum Beispiel auch so wie ich Hoyers in mineralischen Substraten und auch Fahne in organischen Substraten, kannst du dir überlegen, entweder eine Routine für jede Pflanze zu machen oder die zu kombinieren. Und dann hast du eine gemeinsame Routine. Ganz wie du magst. Ich weiß auch nicht, warum ich eigentlich noch die Brille aufhabe. Ich finde die einfach hübsch. Hierfür brauche ich gar keine Brille. Ich brauche nur 2 Liter Wasser und zwar 1 Liter destilliertes Wasser und 1 Liter Leitungswasser. Mein Leitungswasser hat einen sehr, sehr hohen Mikrosiemenswert. Daher mische ich es mit destilliertem Wasser, um den Mikrosiemenswert auf 300 zu senken. Angenommen, du hast mit deinem Leitungswasser schon einen Mikrosiemenswert von um 300, dann könntest du überlegen, gar kein destilliertes Wasser zu verwenden, sondern einfach nur dein Leitungswasser. Jetzt benötige ich nur noch 2 Milliliter von dem Combo-Complete-Dünger. Und dann ist diese Pflanze auch fast schon vollständig mit Nährstoffen versorgt, denn der Dünger senkt den pH-Wert des Gießwassers. So, einmal 2 Milliliter. Das Spannende ist nämlich wirklich, dass sich Dünger pH-senkend meist auf das Wasser auswirken. Und häufig gelingt mir einfach nur durch das Hinzufügen des Düngers eine Punktlandung beim perfekten pH-Wert. So, jetzt noch einmal schließen und schütteln und dann messe ich einmal mit dir nach. Und schon fertig geschüttelt. Der EC-Wert liegt bei 0,7. Das zeige ich dir auch noch mal kurz. Hier ist die wunderschöne 0,7. Jetzt noch einmal kurz spülen und trocknen. Und jetzt kontrolliere ich noch mal den pH-Wert mit dir. Mein Traum wäre ein pH-Wert von um 6,2, 6,1 und auch 6,3 wären vollkommen okay. Mir fällt gerade auf. Der pH-Wert ist bei 6,8. Ich habe zu wenig Dünger verwendet, denn der Mikrosiemens-Wert ist bei 700. Ich möchte aber eigentlich bei 1100 düngen. Das heißt, hier fehlen 2 Milliliter von dem Dünger. Die füge ich jetzt noch mal hinzu und dann komme ich bei dem perfekten pH-Wert von 6,2 an. Sehr schön, dass ich auch immer noch mal nachmesse. So, 4 Milliliter sind das nämlich eigentlich und nicht 2. Und dann müsste ich auch bei dem perfekten pH-Wert von 6,2 ungefähr ankommen. So, fertig geschüttelt. Jetzt noch einmal kurz nachmessen. Ja, super, jetzt bin ich bei 1,0. Das heißt, der pH-Wert könnte circa bei 6,3, vielleicht auch 6,4 liegen. Und jetzt noch mal kurz abtrocknen. Und jetzt den pH-Wert messen. Mal gespannt, ob das jetzt alles passt. Genau wie vermutet liege ich jetzt bei einem pH-Wert von 6,3. Das ist super, da ich einen pH-Wert von 6,2, 6,1 oder auch 6,3 versuche zu erreichen. Und den habe ich jetzt gerade erreicht. Jetzt das Ganze noch mal kurz mit Leitungswasser spülen. Und es kann zur Seite. Und schon kann ich meinen wunderschönen Fahnen damit gießen. Meine Fahne gieße ich übrigens. Und meine Hoyers, die tauche ich. So, du wunderschöner Spinnfahnen, schon hast du Wasser und Nährstoffe und kannst weiterhin so wunderschön wachsen. Sieht einfach so fantastisch aus. Das war mal sehr durstig. So, die Hoyers mache ich danach. Das waren jetzt alle meine Pflanzen in organischen Substraten. Einmal mit einer stärkeren Düngerlösung, dann mit einer weniger starken Düngerlösung. Zwagnummoos, Telansien, Sukkulenten und Kakschenen, Opuntien und dann auch noch Hoyers und Fahne. Und wie mache ich das jetzt zum Beispiel mit einer Alokasia? Wie zum Beispiel bei dieser wunderschönen Alokasia hier neben mir, die sich in Semihydrokultur befindet. Also einem mineralischen Substrat mit Selbstbewässerung. Und wie dünge ich meine Stecklinge im Wasserglas, wie zum Beispiel hier den Bogenhanf hinter mir. All das verrate ich dir in meinem nächsten Video. Also sieh dir das doch mal direkt an. Bis gleich. Ciao. Kakao.